Moin, hier ist Heidi, jetzt geht das weiter, und zwar mit TransOcean. So, ich muss rausfahren aus dem Laden hier, ne? Aber ich muss rückwärts fahren, wieder, genau. Oha, wenn das mal gut geht, ne? Falsche Seite, falsche Seite, nein, mach keinen Ärger. Oh, ein Glück, ey. So, aber wir sind auch ein wenig nach England hin. Nein, falsche Seite, und dann bin ich mal gespannt. So, brauchen wir noch mehr Platz zum Treten, gleich eben. Nein, falsche Seite schon wieder, ey, ich bin so blöd, ne? Nein, 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 wir müssen noch ein bisschen mehr drehen, aber ganz langsam. Nein, falsche Seite schon wieder, oh, ich hasse das, ne? So, das drehen wir ganz langsam, das seht ihr. Oh, da kommt ein Schipper, da kommt ein Schipper, ich drehe durch. Ja, aber da hast du dann geschmuggelt da, mein Kollege. Achtung, sie haben freie Route verlassen und kehren sie um. Ja, ich bin ja dabei. Darf ich mal ganz kurzfristig hier gerade stehen? So, andere Seite lang, zack, Schiff, ja, in Bad ist du mal, nee, nee. Du wartest auch da, lass mich mal zu, ich bin ja wohl kleiner, ne? Aber es ist cool, dass sie warten. Und wie schnell die Bremsen können, ne? Da seht ihr, wenn ihr jetzt langsam die Steuerung macht, dann geht das schnell. Wenn ihr jetzt schnell macht, dann seid ihr gleich eine Kaimauern. Also wenn ihr Kurvenfahrt müsst ihr sehr, sehr langsam machen, wenn ich das jetzt auch mache. Weil ansonsten habt ihr ein Problem. So. Ja, 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 ja. Habe ich aber schon. So, können wir Gas geben? Das könnte auch so einmal so zack, bumm machen. Und dann sind wir gleich da. Moin Kollege. So, Richard. Neue Bestzeit schon wieder. Ich werde mal besser werden. So, dann sind wir jetzt auf dem Weg. Da seht ihr da unten. Noch englärnd. Felix Stone. Und dann muss ich, glaube ich, bei uns im Hafen erstmal mal ein Schiff reparieren oder sowas. Oder mal gucken, wie das läuft. Ich muss ja auch mehrere Schiffe haben. So, hat ein neues Schiff im Angebot. Okay, mach nicht so ein Heckmark. Jetzt im Anliegen. Ja, das haben wir ja nicht. Im schlechten Zustand. Der Ruf ist gesungen. Oh, also. Müsst ihr reparieren, weil ansonsten Arschkarte. Ist ja gut, Mann. Anlegen. Manuell. Ja, sicher manuell. So, und noch habe ich keine Vertragsstrafe gekriegt. Das ist schon mal sehr gut. So. So, bis wem. Keine Ahnung. Geradeaus. Wollen wir mal sehen. Keine Ahnung, wo geht es. Man kann nicht mehr kippen. Die Karte kann man nicht schieben, ne? Also, wie gesagt. Hier müssen wir halt mal gucken, wo ihr hin müsst. Nicht, dass vorhin keine Mauer ist. Das ist natürlich los, nee. Ach, da ist ja schon mal ein Blinklicht. Ach, da ist das ja. Da muss ich ja hin. Ja, ist ja so. Boah, da machen wir das so. Und langsam wärm, ne? Ja, da ist ja so. Das ist ein Schrodinger, das ist ein Schrodinger. Das ist ein Schrodinger. Weg da, weg da, weg da, weg da! Aua! Ey, das war fast ein Schamhaar zwischen... Ja, ich bin dabei! Schamme! Aber was darf mal passieren? Oha, da war ein Schamhaar, ey! Kleine Schamme kann mal passieren, oder? Na, da war schon noch mal trocken, weiter so. Ja, okay, nur gerafft. Das ist die neue Nachricht, das kann ja mal vorkommen. Jetzt haben wir gut Geld gemacht und gewirtschaftet, da wissen wir genau, wo wir hin mussten. Und so, das passt alles, ne? Schlepperkosten, Kompetenalstraße, haben wir noch nicht. Fahrtdauer, elf Tage, entspricht Dankpreis. Der Reparaturpreis, müssen wir mal reparieren, glaub ich, ne? So, reparieren, ja, 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 ja. Dauer, 15 Tage. In diese 15 Tage liegt ihr im Hafen. Da liegt ihr im Hafen. Und wenn ihr natürlich nix macht, ne? Und ruft bekannt, ja. Und wenn ihr nix macht, natürlich, dann verliert ihr auch Geld. Das werdet ihr jetzt mal sehen. Ich werde mal meinen Schiff starten, ich werde den mal eben reparieren. Erstmal takten auch, ist ja wichtig. Zack, ist voll. Mein Schiff reparieren. Ach du Scheiße. Jetzt könnt ihr gleich gucken. Da oben seht ihr das? Oh, ist die fertig? Dann geht ihr einfach hier. Zack. Seht ihr das? Jeden Tag 27.000. Verliert ihr? Also. Jetzt ist er fertig. Müsst ihr drauf achten. Die Zeit läuft so weiter, ne? Ach, Geld gekostet ohne Ende, ne. So ein Scheiße. So. Auftragsliste. Ne, wir wollen erstmal hier, gehen wir mal eben beim Schiff verbessern. Scheiß drauf. Auftragsliste. Ach du Scheiße. Da sind natürlich schon wieder Summen, ne? Feeder. Naja, das ist jetzt alles da. Haben wir noch nicht, ne? Seelenverkäufer. Hihi. Ja, das ist natürlich schon Summen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ne, ne. Fedder. Panama 2. Das sind Fedder hier. Haben wir noch gar nicht. Keine Ahnung. Naja, 4.000 Euro. Mischen, ne? Also Schiff verkaufen. Ne, ne. Wollen wir nicht. Wir haben doch nicht umsonst repariert. Was haben wir denn hier? Liefern sie die folgende Menge in der angegebene Vertragsdauer vom Staat zum Zielhafen. Und den Vertragsbring hier zusätzlich zu den gelieferten, den sie zu bekommen. Stahl. Von Hamburg nach Rotterdam. Ein Monat. Vertragsbring 31.000. Ha. Aber ist ja nicht viel Geld, ne? Naja, muss ich mal gucken. Vertragsbring. Stahl. 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 Hallo? Laufzeitkredit? Nicht für Anfangenkredit? Ja, ich glaube, ich muss mal ein, zwei Mal noch mitfahren, sonst... Nicht, dass ich gleich gleiche gehe, ne? Da war's schenkt auch mal. Dann machen wir so nicht mit, ne? Probiert ihr da wieder nicht weiterfahren, weil ansonsten... Aber wie gefällt euch das denn? Könnt ihr mal kommentieren. Also ich denke, wir werden mal den Zweigstellen errichten. Oh! Schiff hat besser. Äh... 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 Dafür sind wir noch zu klein und äh... Äh... Auftragsliste... Ähm... Das ist jetzt Kugel... Hamburg... Ach, ich war ja gar nicht in Hamburg, ich Idiode! Ich war ja gar nicht in Hamburg... Dann nehmen wir mal eben alles mit... Das ist super geil! Ne, ne, wir fahren nach Hamburg hin! Und von da, wollen wir mal weitererziehen! Bei dem Laden los ist, ne? Das ist aber wie wir hier dann früher! Ne, wir den mal eben, ne? Zack! Keine Leerfahrt machen! Bestätigen! Die Zeit ist klar! Und tschüss! Ich will erst mal nach Hamburg hin! Und dann wollen wir doch mal sehen! Und dann wollen wir doch mal sehen! Ableben! Oh, was hat er jetzt denn wieder? Gar nix! Sprit ist drinne! Ja! So, jetzt legen wir eben ab! Da ist auch gleich doch mal gespannt! Äh... Vreba... Oh, jetzt geht's los! Slow, meine Lieb! Äh... Äh... Ah, pusscheiß! Ich bin schon fast! Aua! Nein, nein, nein! Ich hab' falschen Knopf gedrückt! Volle Kraft voraus! Ich hab' falschen Knopf gedrückt! Scheiße! Oh, ne, ne? Einfach... Nein! Was ist denn los? Boah, ey, manchmal so, aber nur manchmal, ne? Ich hab' ja auch hier drüber! Ich hab' ja auch hier drüber! Boah! Boah! Ich hab' ja zu. Ich hab' da... Jaaa, coupon! Ja, habe ich schon gelesen, Kollege. Ja, wer irgendwas einfahren kann, kann auch so fahren. Hat er das gesehen? Ja, habe ich verlassen. Jetzt gehen wir nicht auf die Eier, Kollege. Ich weiß das auch. So, ne, 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 Weiterfahrt, ich gebe nicht auf die Eier. Ja, mein Stiftstuhl, dann geht der noch mal, aber den muss ich eben wieder aufbessern. Oha, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich nur gucken, was das ist, nee. So, vor uns fahren wir den Hafen, äh, auf dem Meer, da gehen wir rein. Und da geht er los. So, und drei, zwei, eins, null. Sehr schön, ich bin angekommen, nee, noch nicht. Ich fahr jetzt erstmal in Hamburg hin, ne? Ja, ich weiß, ich bin anzulegen, ich bin da. Ich werde speichern. Ich sage schon mal, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne mal kanal abonniert. In diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann, tschüss.